Musik Unsere Tradition ist das Fundament, auf dem wir Zukunft bauen. Tief in der Region verwurzelt sind wir die Stittstelle zwischen Installateuren, Planern, Architekten und den Konsumenten. Wir sind Innerhofer. Beschaffung, Lagerung, Lieferung. Was gebraucht wird, wann es gebraucht wird. Echte Partnerschaft, die wir Tag für Tag leben. Damit stellen wir nicht nur tolle Produkte zur Verfügung, sondern auch Know-how und Dienstleistungen. Als Großhändler garantiert unsere Logistik Verfügbarkeit, schnelle Abwicklung und zuverlässige Lieferung. Diese Zuverlässigkeit ist ein Versprechen an unsere Kunden und Partner. Denn es ist das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit bei Innerhofer, die unsere Beständigkeit garantiert. Ich bin seit über 20 Jahren bei Innerhofer. Ich habe aktiv miterleben gekannt, wie wir auf insgesamt elf Filialen gewachsen sind. Ich bin stolz, dass ich diesen Erfolg von der Firma beigetragen habe. Auch nach über 20 Jahren ist jeder Tag immer noch eine schöne Herausforderung. Auch wenn es oft geht und in Stress geht, haben wir miteinander eigentlich immer noch alles zu errichten. Was mir bei Innerhofer gefolgt, ist das feine Arbeitsklima und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Auch so kann ich selbstständig arbeiten und meinen Kunden bestmöglichst beraten und bedienen. Ich arbeite im Herzstück von Innerhofer, der Logistikabteilung. Damals war ich Sam die erste Frau. Aber mittlerweile sind wir viele Frauen dort. Ein gutes Team ist vielleicht nicht alles, was man braucht. Aber ohne ein gutes Team ist auch alles andere nicht wert. Inso Firma ist seit 125 Jahren ein Beispiel für Beständigkeit durch Zusammenhalt. Ich bin neu bei Innerhofer. Die Herzlichkeit da hat mich überrascht. Und mir dabei geholfen, einen guten Einstieg zu finden. Und genau die Herzlichkeit möchte ich in unserer Kunden weitergeben. Mit hohem Qualitätsanspruch, fundiertem Fachwissen und stetem Innovationstrang garantieren wir unseren Kunden die ideale Betreuung. Denn die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei uns an erster Stelle. Mit unserer langen, langen Firmengeschichte stehen wir für Stabilität und Verlässlichkeit. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und darauf bauen wir auch unsere Zukunft. Und darauf haben wir auch die Arbeit 가족s ž malad足ASE. Und darauf freuen wir unsкрifft. Untertitelung des ZDF, 2020